Gehen wir mal hier lang. Ui. Reizende Nachbarschaft. Genau. Ui. Das sieht da lecker aus. Was zum Fick? Was zum Fick? Das ist nur das das ist nur eine Eiswahl. Ach du Scheiße. Mh lecker. Ich weiß nicht, ob ich hier eigentlich sein will. Alles okay? Lilith hat den zehnten Kreis vor den Augen der Ahnen verborgen. Welche Hölle ist das? Hab ein mieses Gefühl wie... Ich seh mich besser um. Oh. Ekelhaft. Tja. Au. Hä? Oh Gott. Was war das denn jetzt? Oh Scheiße. Alter. Ich kann mich shoppen. Was war das denn jetzt gerade? Heilige Mokrele. Was? Ich bin nicht überzeugt. Was? Lass mich in Ruhe! Aua! Alter macht die Scharfe! Nein! Nein! Bäm! Und auf die Fresse! Aua! Jetzt ist Schluss! Pfff! Alter! Verschlüsselter Splitter! Huch halt! Wo waren das hier? Inventar? Ne! Hier! Spitter! Ach du heilige! Dann müssen wir jetzt wieder stundenlang suchen nach nem Riegensplitter! Oh Gott! Alter! Diese Splitter! Oh Gott! Ne?! Super nervig! Hmhm! 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 doch bitteschön ja ich bin einfach krank hier Mission abgeschlossen. Hä? Ach, das ist da oben. Oh Gott, wie soll ich da hochkommen? Warte mal. Warte mal noch irgendwas. Ja, aber da. Oh je, müsste ich doch irgendwie... Toll. Mist. So, jetzt mal auf die Karte. Oh Gott. Wenn wir mal anders hin sind. Hier, oh Gott. Oh Gott, das... Nein, nein, nein. Guck mir hier nicht irgendwie... Doch irgendwie... Nein. Guck mir nicht drüber. Scheiße. Das ist doch doof. So eine Kacke. Bin ich wieder hier unten? Komm ich hier vielleicht? Nein. Komm, lass mich hoch. Bäh. Bin ich komplett einmal aus und rumlaufen, oder was? Ah, leck mich doch am Arsch. Liegst mir am Arsch. Liegst mir am Arsch. Sog ich. Ich sag mich. Liegst mir am Arsch. Sog ich. Oh, ich muss mal grad gucken, was wir verloren haben. Alter, das ist uns wieder dreiviertel fünf. Nein, das ist... Hier lang? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geh drauf! Alter. Ja, kein Ding, Alter. Die Gegend hier ist verdammt hart. Merk ich gerade. Keine Ursache. Hä? Hui, das war kurz und intensiv gerade. Das, äh, ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Na, nimm doch die... Äh, sonst noch irgendwas hier. Da hinten noch Munition. Hier nix. Hier ist noch Munition. Oh, 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 oh. Da. Ah, nee. Das war was anderes. Habe ich irgendwo lang hoch? Nee, ne? Okay, dann muss ich hier einmal... Hier lang. Wie, ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Schön, ich habe aber kein Fahrzeug. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Ja. Da. Wie ich schürt. Äh, muss ich hier unten lang? Anscheinend schon. Anscheinend muss ich doch unten lang. Hui, 149. 18.000 haben wir wieder. Schickchen, Schickchen, Schickchen. Ja, wir brauchen ja ein bisschen Geld, äh, weil ich will ja den Double Jump haben. Den Double Jump. Ja, gehen wir nicht in den Sack mit deinem Delamain-Kill. Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Kriegen wir einen Double Jump? Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten. Und ich dachte, der Grund, deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Uuuuut. Nice. Die haben wir platt gemacht. Das war schnell und schmerzhaft. Für die. Nicht für mich. Ich habe gesiegt. Warte mal hier. Karte. Ach, das war nur so nebenbei da. Ist ja toll. Ist ja ganz toll. Muss ich schon lang. Ich brauche immer noch ein Auto. Aber ich habe doch gar kein Auto. Uh. Da. Geld und ne Knarre. Ja, das ist ja. Das ist ja geil. Geld und ne Knarre. So ist das fein. Begib dich zum Afterlife. Nein. Noch nicht. Das ist noch ganz schön weit weg. Das ist verdammt lang weg. Lang weg? Was? Weit weg. Mann. Alter, wo ist denn das? Das ist ja mach der Welt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, okay. Ich bring's gerade gar nicht. Das wird nichts. Bleh. Schaffen wir das im Schleichmodus? Wir schauen mal, wir schauen mal, wir schauen mal. Jetzt geh wieder da rüber. Na los, hau ab, weg mit dir. Da rüber. Ja, fein. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Woher steht da so ein Robo? Ui, den hab ich ja voll übersehen. Toll. Kann der Robo mal weggehen. Hau ab. Hau ab. Wann nur da steht. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Oh. Oh. Toll, jetzt geht er, will der mich verarschen. Aber ich kann doch auf die Neustarten. Hihihi. Alle verlingen das dort. Ja und, was soll ich dagegen tun? Genau. Guck mal, die denn hinpacken mal. Ach, da ist ne Kiste. Sehr gut. Der Robo sieht da mich hier. Hau ab. Hihihi. Sicher ist sicher, ne? Uiuiui. Ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern. Hier. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist keiner, oder? Ne, hier ist keiner gut. Ey, ja. Jetzt verrückte ich mal hier. Was ist hier alles? Ist irgendwas? Ne. Hä? War hier nicht was zum Hacken gerade noch? Das war das scheiß Radio wahrscheinlich da. Hä? Okay. Sonst noch irgendwo. Da haben wir noch jemanden. Okay, dann gehen wir erstmal wieder runter. Äh da. Sag mal. An alle NCPD-Subunternehmer. Verdacht auf organisiertes Verbrechen in der Richmond Street. Unseren Informationen zufolge verkaufen Mitglieder der Maelstrom Gang in der Gegend illegale Stimulantien. Angeführt werden sie von Tom Eyre, genannt Ümir, einem bekannten Serienmörder. Night City bietet eine Belohnung für das Aus... dieser Gefahr. Okay. Hey. Wissen wir Bescheid. Oh. Okay. Alter. Mal speichern. Zwischen speichern. Nee. Sicher ist sicher. Pass mal auf. Ich muss mal gerade... Nein. Da. Ich muss mal diese Dingern da... Die hier muss ich mal austauschen wieder gegen die hier. So. Na. Okay. Hä? 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 Da haben wir neue Sachen. Ein paar neue Wäffelchen. Okay. Gut. Die kriegen wir aber nicht irgendwo hingelogt, ne? Die, die. Was ist die? loads... Ha? ... Ich... Ich... ... Ich... ... Ich... Rasse. ... Siehst... ... er zu. Klappe zu, hoffe tot! Der Rogo, der hängt noch da hinten rum. Da schmeißen wir die Tochter da rein. Gute Nacht. Schlafens gut. Wir sehen uns morgen früh. Ich nehm mal ganz kurz den Rucksack. Dann geh ich mal hier drauf. Ei, ei, ei. Na ja, lauter neuen Stuff hier. Wir haben alles hier. Ein bisschen Essen. Einmal trinken. Dann heilen wir die automatisch. So, dann haben wir hier die gute Dame. Die locken wir jetzt gleich auch mal hierher. Nein, jetzt muss der ja genau kommen. Der kommt doch nicht hierher. Der kommt doch nicht. Oh, wo steht der da? Wo können wir die denn mal entzeugen hier? Ich glaube, ich lasse die einfach hier liegen. sorry, ich glaube, ich bin Pfännchen. Ich habe dich nicht zu sehen, okay? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020